so es wäre ganz gut ich weiß jetzt die textur lange nicht aber roter sand wäre ganz cool ja gut wir müssen halt raus was dann ist von der oberfläche ja ich bin ja das schaut schon mal gut aus wenn es nicht das ist roter sand alles was du mit der schaufel instant abbauen kannst ja ja das ist mir schon klar weiß ich ja gut das einzige der einzige reiz ist halt einfach und tonnen an terracotta roten sand weiß ich nicht wüsste ich nicht ich muss aber noch mal zu den akazien muss sich auch mitnehmen ich weiß aber nicht mehr wo die waren solange du jetzt nicht anfängst mit also von wegen mit bauen und dann 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 du hast ja hier vor deinen musikus museum ich weiß nicht wie man es nennen will hast du ja vor dazu bau was sind das bitte deutschen skelette heißen die eiswanderer oder so warum ja es wird mit einigen mobs wird es echt interessant fack fack ich habe keine raketen mehr ja man verballert ihr schnell ich habe jetzt nicht geschaut ich bin bei 4662 und 2645 ja das ist jetzt blöd ist jetzt frage wo wo waren die akazien muss die savanne was ist das auch das sind noch mehr raketen ja das ist gleich ein fein ist mit dem kopf weg ja schnell weg meine lieblingsviecher wenn man ohne wenn man ohne hydra fliegen könnte ja wo ich bin m da bekommst du wo ja hier oben von irgendwo die wüste verfindet man noch was ja hier ist das schiff fragt das wort ist man in loben sie werden hier oben geile und ich idiot habe meine achsen mit jählen ich hab das Gefühl, immer wenn wir irgendwo weg sind, du räumst dein Inventar leer und dann räumst du einfach alles leer an Grundsachen, die man eigentlich immer dabei hat. Nein, nein, ich hab extra Schaufel mit, ich hab meine zweite Spitzhacke mitgenommen, nur die Axt hab ich vergessen. Ich geh das ganze Zeug nie aus meinem Inventar. Ja, du nicht. Es kommt immer drauf an, was ich mache. Dann, demnach, richtig, Michael. Ich hab's immer dabei, weißt du weißt, ich hab's nicht immer unten in der Hotbar, die, also, ich tausche schon, ob das mal verraxt und schaufel aus wegen Hotbar und so. Aber, ansonsten... Ja, oh, gut, Mann. Gut, okay, die letzten 15 Minuten machen wir jetzt auch noch. Ja, Vakazien sammeln. Viel Spaß. Ich snack mir irgendwas. Genau, ich bin wieder mit mir selbst jung und guck da durch die Gegend. Hm, auch nicht schlecht. Ja. Ach, hier ist halt Gold. Aber es sieht schon geil aus, wenn da die Sonne so aufgeht. Gold, 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 Gold. 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 So, das muss eh noch die spawnen da vorne. Deswegen schlachten wir jetzt einfach mal die Viecher. Gold, 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 Gold. Ich hasse Hexen. Ich hasse sie einfach nur. Ich will Gold. Ja, die Studenten, die haben sich eine Eisenfarm gebastelt. Deswegen ist es ziemlich unnötig. Ja, die... Die Eisenfarm ist schon interessant, ne? Oh. Oh. Wie viel haben wir denn jetzt? Fünf. Das sollte reichen. Wie fünf? Fünf. Ey, Cakes hier. Den hab ich jetzt. Oh, die sind Stacks Drinks immer im Winter. Ja, das ist ne... Gute Frage. Yeah. Erotet Badlands, oder? So. Ich dachte, das ist echt mieser. Jetzt ist die Frage... Hier geht's nach Hause, oder? Oh. Oh. Ich denke mal. Ich fliege einfach mal. Was schon? Richtung Heimat fliege ich jetzt. Außer... Ah. Außer... Du weißt noch, wo wir... Achso. Brauch mal ne Schere, um Korallen abzubauen. Äh... Silk Touch. Achso. Passt. Hab ich eh mit. Das könnten wir auch noch machen, wenn wir... Wenn wir irgendwo was finden. Äh... Wie weit weg weg das ist? Sehr weit? Also von unserer... Also... Von meiner aktuellen Position... Hm. Ähm... 7000 Blöcke. Das ist nicht in der Nähe des Spawns. Äh... Ja gut, das ist aber nicht schlimm, weil da können wir ja... Können wir da hin? Wie? 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 Da gibt's n jeder Portal hin. Äh... Ja, schau ich. Ja, dann... 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 Das ist... Ist... Ist keine schlechte Idee. So, das ist so zu machen. Irgendwie müssen wir die Leute auch ran kriegen. Ja, das stimmt. Haben gerade blauen... Ist Quarterback, ist... Wo kommt der her? Keine Ahnung. Der hat ein Video von dir gesehen. Achso, okay. Ja, das ist cool. Ja. Soll ja auch mal passieren, ne? Ich finde das so witzig. Immer wenn ich die Leute frage, über wen sie hergekommen sind, gibt uns die Antwort Party. Ja, ist doch gut. Das ist Musik in meinen Ohren, ehrlich gesagt. Aua. Ja, was denn? Kein weiterer Kommentar. Mo, ja. Das ist ja... Sag, Schneid. Du würdest gerne hören, dass sie Killer sagen. Nee, deswegen frage ich ja. Ich finde es geil. Eines Tages, Killer, wird schon jemand kommen und sagen. Wegen dir. Ich hatte neulich in den Kommentaren gelesen. Grüße geht jetzt übrigens an dich raus, weil ich weiß, dass der nette Herr Vater und sein Sohn das Projekt hier verfolgen. Cool. Das ist nicht praktisch. Einfach nur... Ich sollte echt mir irgendwann mal in irgendeine Schalkerbox, wenn ich zu Hause bin, packe ich mir in die Ender Chest ein Nether-Portal zu mitnehmen. Das ist auch ne geile Idee. Dann hätte ich nämlich jetzt hier gleich ein Nether-Portal aufstellen können. Scheiße, ja. Ich habe ja neulich mal wieder einen ganzen Obsidian-Tower am Ende abgebaut. Ja, das weiß ich. Da war ich praktisch nebenher am Spielen. Ja. Du hast gebaut. Genau. Und ich habe Obsidian abgebaut. Jetzt habe ich 15 Stacks. Warte mal, unser Zuhause war bei 2000... 2500 und minus 100. Merkst du endlich mal? Nö. Bin mir natürlich ganz in die falsche Richtung geflogen hier. Hast du hingeflogen? Achso, ich war bei 2700. Aha. Nicht so ganz. War knapp daneben. Was ist das hier für ein Steg? Warum ist hier ein Steg? Hä? Hä? Entweder da wohnt du... Ah, ich bin bei unserer Farm. Oder du bist bei unserer Farm. Da hat nämlich Colin irgendwann mal ein Steg gegen die Bastel. Oh. Oh. So. Aber hier, das Ding stört mich. Das werde ich jetzt wegmachen. In die Säule? Ja. Mach das. Hier, hier. Hier, hier, außerhalb der Sichtweite. Scheiße. Äh. Ich kann nicht drauf landen. Ja, das ist schwer. Auf einem einzigen Block zu landen ist schwer. Wow. Ich wäre jetzt fast gestorben, wenn ich das Totem nicht in der Hand hätte. Echt? Echt jetzt? Ja. Ähm... Ja, ist nicht schlecht. Ich weiß. Wolltest du jetzt gerade sagen. Das sieht man sogar. Oh, naja. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und ich sollte mal hier diese blöden Dings ausmachen. So. Hi. Ich stand gerade eben fast drauf. Ich stand gerade eben fast drauf, weil runtergefallen ist. Na, das will ich sehen. Wow, nice. Da muss ich gleich mal eine Kurosfrucht essen. Ich teleportiere mich einfach mal weiter weg. Moin. Oh Gott. Ich bin die Ohren, vielleicht kann er runtergefallen. Äh, was konnte das Schaf jetzt dafür? Kannst du mir das mal erklären? Ich bin die Schaf getroffen. Ja. Das ist tot. Wegen dir. So. Jo. Pass schon. Aber die ganze Zeit ist alles so voll weg. Scheiße. Ach so, da unten. Ah. Das Einer hat sich gelaufen. Hi. Ich habe hier an der Seite einen Gang. Weißt du, was ich mir gerade denke? Kohle kann man nicht mehr gebrauchen. Ich habe das Deckweise Kohle bei mir drin. Ja, ich habe auch noch ein paar... ein paar... ein paar... Dinger, aber... Oh. Und heute ist er, wie fühlt das bitte? Warum sind die Gänge ausgeleuchtet? Das weiß ich nicht. Oh. Hm? Ich habe herausgefunden, was es hinführt. Es führt zur Schlucht. Hm. Ja, das ist dann natürlich das erklärt. Das Sklettpferd. Wir haben mit dem Brot werde ich nicht mit der Elytra fliegen können. Also, eher unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Also, wenn du es hin kriegst... Übrigens, wir haben uns hier eingeführt, dass du Custom Dimensions machen kannst in Snapchat 1.16. Habe ich mir heute drüber ein Video angeguckt. Aha. Oh, Lord Piep. Das ist mildi, mildi. Mildi. Ja, ich würde sagen, wir werden... Puh. Wir werden echt mal in den nächsten... Also, die nächsten Folgen das Haus hier bauen, oder? Hm. Ja, aber viel Spaß wünsche ich dir dabei. Ja, du machst genauso mit. Hehehe. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht dann offscreen mal noch Tinte... Tinte sammeln? Oh, ja. Und dann... Und dann... Nee. Nee. Damit wir hier weitermachen können. Ja, wir müssen auch Terraria mal weitermachen. Ja, für morgen haben wir ja noch eine Folge. Und für dann auch noch. Wir haben noch ein paar Folgen. Heißt du? Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie... Ich glaube, mein Charakterspielzeit... Äh... Zwei Stunden 39 oder sowas. Habe ich davon gelesen. Ja, irgendwie so ungefähr müssten wir aufgenommen haben. Wie gesagt, da kannst du, glaube ich, wie gesagt, zehn Minuten weg cutten, weil... Ja. Weil du war... Offscreen durch die Geher gerann und sterben und keinen Bock mehr gehabt. Äh... Es war dann... Es war dann schon zart zum Schluss. Äh... Und dann haben wir es doch gelassen. Das war ja der Witz an der Sache. Ja. Kein Bock mehr gehabt. Aber wir müssen da eh noch mal hin. Nee. Doch. So. Dann müssen wir... Da geht die Rausrüstung zusammen. Hm. Irgendwas war da so. Ich habe volles Inventor, ne? Äh, das ist scheiße. Warte mal noch. Überall sind meine Mülltronen. Ähm. Hm? Martin. Ja. Was tut mein Charakter? Normal gehen. Echt? Ja. Ah, ist den im Boden Back... Elytra Back... Dings. Ja. Ja. Äh... Den habe ich auch ab und zu mal. Ely... Mood Gravii. Das ist richtig heftig. So, ich werde mal die... Acacien... Anpflanzen. Die brauchen wir. Vor allem, es tut weh. Das... Dem Charakter tut das weh. Hm. Ich habe mich eigentlich in das Spiel auch immer. Oh. Hohes Gras. Nein, Hohes Gras. Deine Phobie müsste jetzt gleich wieder... Äh? Hohes Gras Phobie. Ich kann das nicht ab. Ich hasse das irgendwie. Vielleicht, vielleicht seitdem ich mich irgendwie... Fünfmal hintereinander oder so in Hohes Gras verreckt bin, weil neben mir dann plötzlich die Creeper stand. Vielleicht liegt es daran? Könnte es... Also würde es erklären. Ja. Aber... Keine Ahnung. Ich finde das Hohes Gras irgendwie nicht so. Hohes Gras. Ja. Nein. Hohes Gras. Ich hab' gesehen, wo's gras geht. Ich hab' gesehen, wo's krass geht ja gar nicht. Das ist so beschissen hingestellt, dass ich mich nicht gesehen, das ich noch nicht meine ganze Scheiße die ganze Lücke immer gepflegt hab. Hm. So, hier ist noch ein bisschen. Ich hab' dir noch ein bisschen was gemacht, ne? Oh mein Gott. ja sein pc war doch nicht so er ist doch ein bisschen aber gehen tut es ja trotzdem hier meinen den wald die müssen ja gut bevor wir jetzt hier weiter rum da gehen weil wir haben eine stunde geschafft und die bäume das schon geil das gefällt mir ist ja das habe ich noch nicht gemacht das könnte man eigentlich könnte man das so rundherum machen mit dem bäumen ich habe hier stecks grünen gelben terracotta weiß nicht mal warum ich das mitgenommen hat was ich hätte jedes andere terracotta mitnehmen es musste gelb sein kann man nicht ansonsten die ganzen dinger nicht färben normalen terracotta ja ja glaub gelben kann man nicht mehr färben mir ich glaube umfärben kannst es ja ja ist egal ich würde sagen wir machen für die session jetzt mal und vielleicht wie wäre es eigentlich mit morgen also bis heute morgen abend schon wieder wieder da ne ich denke ja mit einem kleinen live streamchen ja gut hier hat sich ja eh nichts getan dann im endeffekt wie ne eben genau wir und dadurch sagen baume könnte man ja das lager machen oder so oder ja nicht das lager hier die farm beziehungsweise da können wir ja eigentlich die tinten fischbeutelchen holen und so ja schauen wir mal ganz schön ich okay in dem sinne würde ich sagen danke fürs zuschauen und freut mich natürlich wenn ihr durch mich auf den server kommt ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge oder im nächsten live stream und bis dahin sind wir raus würde sagen oder würde ich sagen würde ich sagen ja ja würde ich sagen cool dann tschau